Die Klinik für Neurochirurgie behandelt nicht nur Krebsformen im Bereich des zentralen Nervensystems, das heißt im Bereich des Gehirns und des Rückenmarks, sondern auch gutartige Erkrankungen wie zum Beispiel Menningiome oder Zysten. Wir sind auf minimalinvasive Operationen spezialisiert, das heißt, dass die Zugänge so schonend gemacht werden wie möglich und sich der Patient dadurch schneller postoperativ erholen kann und die Lebensqualität auch wieder schnell hergestellt wird. Untertitelung des ZDF, 2020